Hallo, ich wollte heute für euch von Fergie einen inspirierten Look machen, und zwar von Getting Over You, von ihr mit David Guetta. Es ist fast exakt der Look, ich habe ihn nur ein bisschen abgeändert, so wie er mir besser gefällt. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, dann bleibt es einfach dran und schaut zu. Für die Augen nehme ich jetzt als Base diesen Shadow Stick Mono wieder mal, den Grauen, und gebe den jetzt aufs bewegliche Lid. Und deswegen trage ich die Base ein bisschen dichter und dicker auf, weil ich wirklich möchte, dass die nachher noch ein bisschen durchschimmert. Als nächstes nehme ich so einen leicht gelblichen Ton und gehe mit so einem dünnen, leicht angeschrägten Pinsel ein bisschen drüber. Aber ich möchte das Ganze wirklich nur so als dünner Film drüber haben und nicht deckend. Dafür tupfe ich den hier so auf, also nicht so drüber fahren, weil dann kann es sein, dass die Base leichter verschwindet. Und so liegt es halt nur wie so ein kleiner Film drüber. Als nächstes verwende ich jetzt ein Kajal, einen schwarzen. Und zwar nehme ich dafür den von Look by Viper und zeichne die Form hier von diesem schwarzen Balken, was auch immer sie da hat, ein. Weil bei dem Look ist vor allem wichtig, dass man sehr präzise arbeitet. Und meistens fällt es ihm dann leicht, einfach mit dem Kajal zu arbeiten. Fängt hier an. Etwa so. Und circa bis hierher. So. 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 ausrichten. Mal ich das hier so aus. Also ich nehme in dem Fall jetzt den Kajal als Base und gehe dann noch mit einem Eyeliner drüber. Also das ist jetzt ein total ausgefallener Look. Ihr könnt jetzt das natürlich auch nachts über, also tragbar schminken und zwar könnt ich das einfach machen, wenn ihr hier in die Lidfalte verstärkt, dann mit dem schwarzen Lidschatten reingeht und den dann verblendet. Also nicht, dass dann die Ecken so hart ausschauen. Und dann kann man den Look auch durchaus nachts übertragen. Für jemanden, der sehr mutig ist und gern was ausbildet, kann es natürlich auch so tragen. Ich jetzt würde das wahrscheinlich dann einfach eher verblenden, aber so für irgendeinen Faschingsabend oder irgendeine Themenparty könnte ich mir das ganz gut vorstellen. So, das mache ich das Ganze noch am anderen Auge und dann gehe ich über die ganze schwarze Fläche noch mit einem Eyeliner drüber. Zum Verstärken nehme ich jetzt nochmal diesen Eyeliner und gehe nochmal über das Ganze drüber. Und mein Tipp ist dann noch, geht es mit dem Eyeliner nicht ganz bis hier rein, weil das bewegliche Lid, wenn ihr also noch blinzeln wollt, es kann sein, wenn ihr nämlich eintrocknet, dass das Ganze einfach hart wird und das ist dann einfach unangenehm, wenn ihr dann blinzeln wollt. Ich würde euch nur raten, hier einfach außen das aufzutragen. So, und um das Auge jetzt noch ein bisschen näher zu shapen, verwende ich jetzt diesen Manhattan Multi Effect Eyeshadow Lidschatten, den hier und mache hier noch ein bisschen so die Form vom Auge deutlicher auf dem beweglichen Lid, beweglichen Lid. Und jetzt ganz zum Schluss gehe ich nochmal mit diesem hellen Ton, hier ist in die Mitte des Auges mit dem Finger, nur hier in die Mitte. Es gibt dem Ganzen auch noch ein bisschen so eine Öffnung. Und soweit ich das bei der Fergie im Video gesehen habe, bleibt unter Wimpernkranz alles unbetont. Und ich nehme jetzt nur noch mal ein bisschen Concealer, ich bin nämlich ein bisschen dunkel irgendwie. Wenn ihr das Ganze ein bisschen extravaganter haben wollt, könnt ihr natürlich Falsch Wimpern verwenden. Ich mache das jetzt aber nicht, sondern verwende wieder die Sexy Curves von Rimmel und das Bürstchen und tusche die einfach ziemlich dick und zwar oben und unten. So, das wären jetzt die Augen. Und für die Lippen, die habe ich zwar schon vorher mit ein bisschen Concealer abgedeckt, mache das jetzt aber ein bisschen noch, weil die Fergie dafür ziemliche Nude-Lippen hat. Und gehe jetzt noch mit dem Nude-Lippen-Gloss drüber. So, und jetzt gehe ich noch mit so einem leicht rosafarbenden Lippenstift von Astor drüber. Einer einmal, so damit das Ganze so ein bisschen Glanz kriegt. Und noch ganz wenig Farbe. Jetzt verwende ich mal wieder diesen Lip-Gloss von M&Y. So, meine Haare da heute nicht so komisch wegstehen würden. Ja, das war jetzt eigentlich schon der Fergie David Guetta Inspired Look. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer, schreibt es in die Kommentare. Schreibt uns irgendwas auf unserer Seite. Könnt ihr euch gerne noch mehr Infos über unsere anderen Looks auf unserem Blog euch anschauen. Unser Blog steht auf unserer Seite. Und zwar ist das pictureartsocietywordpress.com, glaube ich. Sonst steht es unten. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und ihr habt Spaß gehabt. Also dann, ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.